Entschuldigung, denken Sie, ich könnte so zu einem Jobgespräch gehen? Natürlich. So könnte es gehen? Schadenarbeiter. Eher Finanzamt. Finanzamt? Finanzamt? Nee. Egal. Finanzamt ohne Schulabschluss, alles egal. Finanzamt geht. Alles klar. Dankeschön. Wollen Sie Ihr Auto ausgemessen bekommen? Na, danke. Alles klar. Ich glaube, es sind circa zwei Meter. Ja. Drei Meter vierzig. Hallo, ich muss mal kurz das Auto ausmessen. Brauchen Sie vielleicht eine neue Autoversicherung? Nein, brauche ich nicht. Chef Enterprise, rufen Sie die Karte an. Chef Enterprise, sobald Sie die Karte mitnehmen, falls Sie eine neue Autoversicherung brauchen. Chef Enterprise, haben Sie eine gute? Ich glaube, die wäre aber besser. Chef Enterprise, rufen Sie es an. Wohin der Weg? Bitte? Wohin der Weg? Wie? Wohin, wohin geht's? Trier. Trier. Der ist gefährlich geworden in Trier. Ist ein Trier gefährlich geworden wegen dem Hose. Aber machen Sie weiter. Genau so. Bleiben Sie sich aber nicht kriegen. Tut mir leid, kurz Verkehrskontrolle. Ja, ja. Hier sind... Ja, ja. Bei Ihnen alles gut? Großes Unwetter gewesen jetzt. Sehr gut. Hallo, denken Sie, ich könnte mit dem Outfit auf ein Date gehen? Ich würde dann vielleicht das gelbe Outfit sehen. Das gelbe? Ja. Aber ich finde es so der neue Style. Ich kann es ja vielleicht versuchen. Ja, versuch's mal. Alles klar, danke schön. Viel Erfolg. Nein, 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 nein